Wie gesagt, richtig harte Sache. Atmosphäre ist da. Haben sie echt gut gemacht, finde ich cool. Also, außer dass Elias tot ist. Das natürlich nicht. Ja, ich denke, wir werden sie noch brauchen, so ist nicht. Irgendwann wird noch der Punkt kommen. Eine Art Außenposten. Ziemlich alt. Scheint recht kalt gewesen zu sein, so. Sicher ist sicher, bevor er nochmal aufsteht. Und Pong-Warm. So, bis gegen die Viecher auch mal eine Schumse. Sag ich doch. Stammt nochmal, du bleibst. Du bleibst, Kose. Schwere ich dir. Ich hab's doch gesagt, Mann. Hier, mein Freund. Da wird dir deine Mutation auch nicht viel bringen. Ohne Munition. Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch zerbinen. Ich komme hier. Ich muss weiter. Dann, wie weit es noch ist, bis zum Hang? Da können wir noch halb bis zum Höhen gehen. Das Problem ist, ich habe keine Munition, um hinterher zu schießen. Man, ich kenne Leute, die die Mech unterstoßen. Ja, das ist... Also, das Game, das verzeiht dir echt gar nichts. Die Map unterstoßen ist nicht. Genau. Piss dich, Alter. Lass mich los. Hey, ich kann nicht mehr schießen. Da, ich habe keine... Fall endlich um, Mann. Alter, das ist... Es ist nicht normal. Zwei verdammte Viecher. Dopp-die wir eigentlichen Fahrzeug. Alter, das war wirklich nicht. Dez dich! Vielleicht war´s mal zu schießen. Dopp-dez dich! Ich gebe dich nicht. Ich gebe dir jetzt, was das marche ab. Dopp-dez dich. Dopp-dez dich wieder! Ich gebe dir die Macht ab. Allezans! Aber die Brücke sieht ja sehr sicher aus. Ja oder, den kannst du Kombus geben, Kombus und Kombus, es ist... Nee, ist dem völlig egal. Steht kaum noch die Brücke. Ich bin hier am Anklang. Okay, ganz vorsichtig. Ich habe natürlich auch sehr viel Glück, dass Snow in der Seite nicht auf dem Boden ist. Und wo du Pisse? Ja. Ich bin wo du Pisse. Ich bin hier im Fingerpicker mehr. Der Tod abbaus. Ja, die Munition müssen uns ein bisschen sparen. Ich bin hier im Fingerpicker. Ich bin hier im Fingerpicker. Ich bin hier im Fingerpicker. Hey, hallo! Du da draußen! Hey da! Such was, um diese Tür aufzustellen. Diese Zugangstunnel führen zur Schneeraupengarage. Ich kann uns reinbringen. Der Scream hat anscheinend UBS weggeflutscht. Aber schön, dass ihr trotzdem alle wieder da seid. Hallo, herzlich willkommen. So, sage mal, ich verstehe den. Der meinte, wir sollen den hier irgendwie helfen. Bei was soll ich den Typen hier helfen? Ich sollte den irgendwo freilassen, aber... So. Also, wenn es jetzt abkackt, dann lass ich es auch. Also, wenn man irgendwie, irgendwie ist es gerade komisch. Also, hier hinten im Raum, hier hinten im Raum war eine versteckte Tür und dann durch diese Tür geht man und dann kommt man in den Tunnel. Und durch diese Tunnel gehen wir jetzt. Ich dachte, ich schiebe gerade eine Macke, gucke gerade rüber auf meinem Bildschirm, steht die Scheiße schon wieder. Schwarz im Bildschirm, das ganze Rockenende. Nee, gestern erst zum Beispiel 14 Stunden Fallout gezockt und da war gar nix. Wir haben eine ganze Patrone. Ja, links geht ins Mitte. Gehen wir links gucken. Okay, Entschuldigung, ich wollte noch mal sicher gehen. Na gut, da kommen wir nicht durch. Angegen wir jetzt rechts ran. Was hat der denn für eine, Mann? Was hat der denn für eine, Mann? Scheiße. Merkst du schon, die Tunnel sind auch eine sehr einladende Gegend. Schon ein bisschen ekel, wie das Ding ankommt, oder? Das ist ein Boomer, Alter. Das ist ein Boomer, Alter. Ich würde sagen, fliegt da in die Wand, Digger. Rechts gegen alte Menschen. Hockey, Alter. Diesmal nicht. Sagen sieht aber nicht aus, als wäre das der wichtige Weg. Achtung. Stufen. Danke, wenn ich ja fast, äh, nicht loggekommen. Mach. Ich würde sagen, ich habe da noch irgendwas krabbeln sehen. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, du kannst du versuchen, ich würde sagen, ich würde sagen. Das ist vorbei. Noch neben mir, meine Fahrt drauf. Oh, mein Gott. Ah, geht's vielleicht noch ein bisschen enger? Ach, dein Ernst? Was ist denn der denn für den Weg? Ah, das ist ja voll das Labyrinth, Mensch. Ah ja, so wird das nicht schmeißen. Das ist ja nicht so, als hätte ich zweimal die Kentakeln gekocht. Ich muss ein bisschen munitionssparend arbeiten. Ach, das ist ja voll das Labyrinth. Ich muss mal rein und zwar haben wir draußen, es ist kalt. Ruchschleuder. Nein, ich könnte Hilfe gebrauchen. Töte die Biester. Ich habe meine eigenen Probleme. Oh mein Gott. Ist ja wieder so ein Kernlangdorf, kurzen. Oh mein Gott. Der hat gesetzt nicht. Der ging richtig auf die Kentakel. Was hat die denn da oben für eine Bumme? Ich glaube, er fällt sogar schon dreimal zu. Das ist ein ganz wichtiger. Ich krieg dir mal so eine Injektion. Komm, lösch, Schlagzeug. Nein. 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 Ey, ihr seid so verdreckig. Natürlich. Wenn er mich da jetzt von der Seite noch einmal anspricht. NYH strumficieren. Wo proficieren? Wer 401H rum ist? Nein. Ich bleibe hier und noch einmal anspricht. Denn ich kann mir ganz klar, ich kann es aber ner. Ne, die sind super damaging. die sie verballert hat. Nur eine Leiche liegt. Dann kann ich mir ruhig mal was von der Munition abgeben. Ich habe keine Chance. Na gut. Wenn ich die Raupe in Gang kriege, kommen wir zum Hangar. Du musst das Haupttor öffnen. Warum sollte ich dir vertrauen? Hier. Nimm die. Wirst du brauchen. Die Biester sind überall. Ich bin übrigens Jacob. Ich weiß, wer du bist. Warum weißt du hier so viele von uns? Was wollte ich damals nicht auf unserem Schiff? Tippelsteuerkreuz an links, um schnell zwischen den ausgerüsteten Waffen zu wechseln. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Jetzt ist eine Runde-Innovation unter uns. Tippelsteuerkreuz rechts, um das Schnellauswahl für Waffen auszurufen. Tippelsteuerkreuz hoch, runter, um eine verfügbare Waffe auszuwählen. Drücke A, die A-Taste. Ah, guck mal hier. Wir haben gerade nichts. So. Die vielleicht liegen jetzt hier in den Raum. Wir haben jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter, mit fünf sind okay. Ich bin mir den Scheiße cold. Ich wollte kurz sagen, hast du einen bei? Hey, ich habe versucht Ferris zu erreichen, aber er wird vermisst. Musste reagieren. Habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Verdammt. Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sage Bescheid, wenn ich bereit bin. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Ich kümmere mich um den ersten Schalter. Versuch nur, dich nicht töten zu lassen. Ah, entspann dich. Sei nicht so zickig. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. So, guck mal, die können wir noch verkaufen, den Energieumwandler. Ähm, TK4 Aufstand Schrotflinte. Welche sind das denn? Welche? Den Revolver haben wir. Das ist jetzt die Schrotflinte, die wir haben. Und die Sunworks Schrotflinte ist eine andere. Höhne. Dopen ergänzen den vorhandenen Handgriff. Magnumpatronen schadensupgrade. Hört sich immer gut an. Ok. Ok. Gegenstand aus Druckfertigung entlohnt. Er hat da einen Sinn. Bein Verletzung bitte an dem Administrator welchen. Achtung gelassen. Ok, davon haben wir kein Geld. Die waren ja auch ein bisschen teurer, die waren 900. 600, 300. Er erhöht noch die Schleuderkraft von diesen Schmeißen. Bei den nächsten haue ich so die Schrotflinte um die Ohren. Was sind die Schleuderkraft? Er, hier sind die Schleuderkraft. Wo ist der Zombrow? Wo ist mein Stretto hier? Das ist aber eigentlich auch krass. Vier Schuss. Weil ich hätte nach der ersten schon so eklig in den Fahrstuhl gefetzt werden müssen. Wie soll diese Tore öffnen? Wir brauchen eine Sicherung. Bleibt ja schön nöhn, mein Freund. Was? 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 Verdammt stabile Turbine. Was? 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 Der ist nix mit erbauen. Bis denn. Na ja, muss ich auch schon wieder mutieren Muss nicht Ab in deine Ecke Weck Ja, ich bin dran vorbeigelaufen Ich wurde nicht mal geschubst Ist das ein Idiot, Alter Was über so ein Gerät Komm, lass mal den Arm reinhalten In drei Zwei Eins Okay, ich wende die Raupe Wir treffen uns draußen Ich will's hoffen Kann es sein Ähm Ist der denn Chippoint irgendwie falsch gelangt? Oder? Oder? Der macht drauf Er wird bestimmt jetzt den Checkpoint geladen haben, weil wir haben ja alle Monster getötet und hätten dann durch die Tür gehen müssen. Und das wird er bestimmt schon gezählt haben. Jetzt hat er mich ja plötzlich gleich oben in den Baum gespawnt. Wirklich. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der Unterkrieg. Nur wer sich setzt. Was ist denn an dein Schlüssel? Bauteile, die einen Reforge zu einem mittleren Preis... Hier sieht er was anderes aus. Oh nein, 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 nein. Wo zum Teufel ist sie? Wie viele werden davon zum Leben, ne? Wo zum Teufel ist sie? Der hier ist sie. Wo ist sie? Na. Aja. 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 Sieh ab. Ich sehe auch nicht ihr Ernst, dass die Lenden einfach an der Tür steht. Ich habe keine Medikiz mehr. Ich erkenne nichts da draußen. Also... Verdammt, habt die Klappe. Was ist dein Problem? Sei still. Wir sind gleich da. Zum Hangar geht's dort an. Ich weiß. Gut. Und wo fährst du hin? Ich bin gleich wieder da. Äh, was? Hey, komm zurück! Mein Gott. Das ist mein Schiff. Hey, Danny! Was machen wir hier? Ich muss das mit eigenen Augen sehen. Aber Mädels, ihr wisst ja, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen, bis hierhin heute und nicht weiter. Was ist eben großartig. Kilometer und mein Schiff. Das war meine Schiff. Biriem hochto رiesst. Dies wäre gut Ich gehe.